Auf meinem Online-Shop Kaffee Eigenwerk gibt es ganz, ganz viele tolle Strick- und Hekel-Sets für dich. Du findest hier ganz viel Inspiration und wie du im Online-Shop am besten das findest, was du suchst, das zeige ich dir in diesem Video. Wir befinden uns jetzt hier auf der Startseite und hier ist halt alles so bunt durchgewürfelt und da kann man sich schon mal die ersten Inspirationen geben lassen. Aber ich sage mal, wenn du etwas Spezielles suchst, dann suchst du dich hier wirklich, ja, ich werde nicht sagen zu Tode, aber genau, das dauert halt total lange, bis du was findest. Wenn du möchtest, weil du Wolle suchst, also du möchtest kein Strick-Set, sondern du möchtest Wolle haben, dann kannst du das hier über den Wollreiter machen. Hier haben wir halt verschiedene Marken zur Auswahl, das heißt also, wenn du weißt, ich möchte das und das haben, dann kannst du dann einfach, ja, auf die entsprechende Marke gehen. Du kannst aber auch nach Themen suchen und du kannst auch nach Material suchen. Also ich sage mal, wenn du jetzt Baumwolle suchst, dann gehst du auf Baumwolle und dann wird dir alles angezeigt, was in meinem Shop halt Baumwolle enthält. Also danach kannst du natürlich auch suchen. Am spannendsten wird es hier bei dem Reiter Strick-Sets. Wenn du etwas suchst, du möchtest dir jetzt gerne, ja, für Größe 38 möchtest du dir jetzt gerne ein Oberteil erstellen, dann gehst du hier auf Oberteile und wählst dann dir schon die richtige Größe aus. Dann werden dir auch nur die Strick- und Hekel-Sets angeboten, die die entsprechende Größe haben. Wenn du jetzt sagst, du suchst was für Kinder, kannst du natürlich auch Kinder auswählen. Hier würdest du alles für Baby und Kinder finden und hier würdest du halt Oberteile finden. So, jetzt suchen wir einfach mal nach Größe 38. Wir lassen uns jetzt mal inspirieren. Wir möchten uns auf jeden Fall ein Oberteil stricken. Wir haben Größe 38 und wir wollen uns jetzt einfach mal inspirieren lassen. Er rödelt jetzt ein bisschen dadurch, dass halt so, so, so viele Strick-Sets hier auf Kaffee-Eigenwerk sind. Ach, da sind wir schon. Genau. Es geht los mit den neuen Sachen, die neu eingestellt sind. Und ja, da kannst du jetzt einfach mal schauen, was dir gefällt. Wir können jetzt ja zum Beispiel mal sagen, wir möchten uns diesen, dieser Pullover gefällt uns. Dann gehen wir da mal drauf. Und dann wird dir für Größe M bei diesem Pullover hier eine Farbauswahl gegeben. Das heißt, du kannst jetzt sagen, ich möchte das halt entweder in der lila Farbe machen, wie es auch hier im Muster gemacht ist. Oder du kannst jetzt sagen, nee, meine Lieblingsfarbe ist hier dieses blau-grau. Da möchte ich lieber diese Farbe machen. Dann zeigt er dir an, für den Pullover brauchst du in Größe 38,6 Knäuel. Und entweder du hast das Heft schon, dann brauchst du es natürlich nicht zu nehmen. Du kannst aber sagen, jo, ich möchte das Heft gerne haben, weil ich brauche ja die Anleitung, sonst kann ich mir diesen tollen Pullover nicht stricken. Und wenn es passende Stricknadeln gibt, dann werden die dir hier unten angezeigt. Also so kannst du dich natürlich auf dem Shop inspirieren lassen. Du kannst aber auch hier, wenn du weißt, dieses Sommerheft, also dieses Sommerheft von Sandnes, hat die Nummer 2104. Dann kannst du auch nach dieser Nummer suchen. Und dann werden dir alle Strick-Sets aus diesem Heft hier angezeigt. Allerdings in allen Größen. Das heißt, jede Größe hat ja unterschiedliche Knäuelanzahlen. Das heißt also, hier sind die unterschiedlichen Größen drin. Und dann kannst du hier immer gucken, welche Größe das gerade ist und dir die richtige Größe aussuchen. Das geht natürlich auch mit dem aktuellen Kinderheft, Kindersommerheft von Sandnesga. Wenn du da die Nummer kennst, 2105, dann findest du hier alle Strick-Sets und Hegel-Sets, die in diesem Heft hier drin sind. Du kannst natürlich auch hier dieses Heft hier angucken. Und dann halt einfach mal hier über die Fotos einfach mal durchschauen, was denn da alles so für Sets drin sind. Da kannst du dich hier natürlich auch schon inspirieren lassen. Genau, das geht so. Du kannst aber auch nach Schlagworten suchen. Zum Beispiel möchtest du Racklan stricken. Dann kannst du auch nach Racklan suchen. Genau, und dann werden dir hier alle Strick-Sets angezeigt, die man Racklan strickt. Was auch spannend ist, ist das Thema Zubehör. Wenn du jetzt Nadeln suchst, dann kannst du entweder auch über die Marke gehen oder du sagst, nee, ich suche jetzt aber mal Nadelspiele. Da suche ich was und wir haben mehrere Nadelspiele zur Auswahl. Also wir haben die Nidpro Zing und wir haben die Nidpro Symphonie. Und da haben wir jeweils immer 15 cm und 20 cm. Also darüber kannst du auch suchen und dann ganz, ganz schnell was finden. So, jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Stöbern auf Kaffee Eigenwerk und dass du ganz, ganz schnell das findest, was du suchst und was du gerne dir anfertigen möchtest. Viel Freude beim Handarbeiten. Mach's gut. Bis dann. Deine Sabrina.